Heute mal mit einem Gerät aus vergangenen Tagen, was ich mir einfach mal hier geholt habe zum zerlegen und zwar das hier. Wie man eventuell erkennen kann, das ist ein Zwischenstecker für die Steckdose und das Ganze ist eine digitale Zeitschaltuhr. Sind ja gerade wieder so ein bisschen in Mode, weil man angeblich damit Strom sparen kann. Ich würde einen Stern dran machen, viele zumindest aktuelle Geräte sind unter einem Watt. So wirklich was nennenswert sparen kann man da nicht. Im Gegenteil, kann sogar Schäden machen, aber da reden wir am Ende drüber. Ja kurze Story, wieso ich das Ganze jetzt in der Hand habe. Naja, unter dem Video zu diesen Funk-Zwischensteckern hier gab es eine Diskussion, ob die in Deutschland überhaupt zulässig wären, weil die haben ja ein LED drin. Hatte man damals im Video gesehen und der schaltet dann entsprechend einen von den Polen aus. Und das Argument war, einpolig Schalten ist in Deutschland nicht zulässig. Okay, ich sehe zwar ein, dass zweipoliges Schalten mehr Sinn macht und es ist ja auch zumindest mal bei Steckerleisten inzwischen glücklicherweise verbreitet. Aber ich für mich sehe da keinen so großen Sicherheitsgewinn in den ganzen Geräten, die ich habe. Wenn da ein Ein-Ausschalter ist, der ist auch nur einpolig. Von daher ändert sich jetzt nicht ganz so viel. Nun gut, ja, ich würde mal sagen, wir fangen hier schon mal an und gucken, was das Ding kann und natürlich auch was drin steckt. Und wir fangen erstmal an mit, was das Ding kann. Prinzipiell haben wir halt ein kleines Display, haben ein paar Tasten und auf der Rückseite ist normalerweise eine Batterie drin. Die fehlt jetzt hier. Ich meine mich zu den Sinn, dass die mal ausgelaufen war, da ich sie deswegen rausgeholt hatte. Es steht jetzt hier nichts direkt mit Jahresangabe drauf. Ich würde aber sehr schätzen, das ist so frühe 2000er, eventuell sogar 90er. Irgendwie so um den Dreh. Na gut, stecken wir das Ding mal in die Dose und gucken, ob es den Flammen aufgeht oder nicht. Und er geht noch an. Wir sehen eine Anzeige. 0, 0, 0 ist so eine typische LC-Anzeige. Das heißt also, er braucht Licht, hat selber keine Hintergrundbeleuchtung. Und wir sehen jetzt hier die Zahlen hochzählen. Wir können jetzt hier auf Clock gehen und Day, glaube ich, drücken. Irgendwie so ging das doch. Ja, jetzt können wir hier den Wochentag programmieren. Donnerstags 2 Uhr irgendwas. Und wir sehen jetzt mal, wenn wir die Minute stellen, gehen die Sekunden auf 0. Oder wir sehen es auch nicht. Sehr blickwinkel-instabil. Und ja, so kann man das Ding dann machen. Und über den Programmierbutton kann man dann jetzt hier eins, wann soll er anschalten? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also wir haben 8 Speicherplätze für verschiedene Programme. Wann das Ding ein- und ausgehen soll? Wochentag, Stunde, Minute. Was wir dann noch haben, ist hier der. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber der schaltet darin offensichtlich ein Relais. Und last but not least haben wir noch oben drauf den großen oder nicht großen, sondern eher versteckten Reset-Button. Wenn wir den drücken, passiert nichts, weil anscheinend meine Spitze jetzt so klein ist. Moment, das haben wir gleich. So, machen wir den Schutz ab und ta-da, Reset. Da sehen wir auch, was er sonst noch anzeigen kann. RS, AM, PM und dann On und Off. Wobei das On und Off war zum Programmieren. Okay. Was wir leider nicht haben, ist, ah doch, doch, never mind. Hier unten sehen wir es. Auto, On und Off. Das hatte ich jetzt gar nicht gesehen, dass da unten sich noch ein Pfeil versteckt. So kann man also sehen, in welchem Status das Ding gerade ist. Mich interessieren jetzt hier zwei Sachen. Zum einen, wie viel Strom verbraucht der Ding denn so? Und Nummer zwei, wie sieht's denn aus mit der Sicherheit? Zumindest mal mit dem Batteriefach. Wo mir gerade aufgefallen ist, naja, da guckt Metall raus. Machen wir mal hier den rein. Also, der kann zumindest mal so ab einem Watt. Aber ich habe die dumpfe Befürchtung, das Ding hier braucht nicht wirklich viel zu urteilen, dass es halt immer noch läuft. Von daher habe ich hier wohl ein ganz gutes Modell erwischt. Machen wir es mal rein. Ah, ne, ein Watt. Es braucht tatsächlich ein Watt. Und, äh, ja, dieses Watt ist natürlich jetzt nur, äh, Dings. Wenn wir hier nämlich rüber gucken. 31 Milliampere. Jetzt ist es ein bisschen mehr als ein Watt. Ist jetzt für Privathaushalte nicht das Problem, die 31 Milliampere. Im Privathaushalten zahlt man ja nur Watt und nicht VA. Aber auch etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Wenn es so in Richtung Selbstversorger geht, also wenn ihr euch eine Inselanlage irgendwie mit Solar und so bauen wollt, dann wird das interessant. Ach, und dieses eine Watt, das haben wir auch egal, ob das Relais an oder aus ist. Das heißt also, äh, ja, der Stromverbrauch ist immer gleich. Egal ob ein oder ausschalten, gibt uns dann auch schon so einen kleinen Hint darauf, was wir hier drin finden können. Und ich sage dir auch noch, ich hätte gerne mal die Sicherheit ein bisschen geguckt, was hier hinten diese Metallklammern sagen, wenn wir das einstecken. Also, äh, holen wir mal unser Multimeter. Ja, ich weiß, das ist normalerweise nicht für 230 Volt gedacht, aber nimmt es mir nicht übel, wenn ich es jetzt mal hier für diesen Test missbrauche. Dann schauen wir doch einfach mal, ob wir gegen Erde irgendetwas hier messen können. Das heißt, Erde gegen den Pin hier. Ups. 20 Volt. Okay. Und der andere? Ja, auch 20 Volt. Ähm, ja. Ich meine, hey, es ist immerhin keine Netzspannung. Das ist schon mal jetzt nicht das schlechteste. Man muss ja auch bedenken, normalerweise ist das hinten zugeschraubt. Und, äh, in den seltensten Fällen hat man das Ding irgendwie so, in der Steckdose stecken, dass man dran packen kann. Wobei ja doch beim Rausziehen könnte man hinten dran kommen. Von daher, äh, ist wahrscheinlich besser, wenn das Ding halbwegs geschützt ist. So, wir sind aber ja nicht hier, um zu ergründen, wie das Ding funktioniert. Sondern wir sind hier, um, äh, ja, das Ding zu zerlegen und gegebenenfalls ein bisschen rumzumeckern. Und die große Frage zu klären. Einbohlig. Äh, ihr seht, die Schrauben sind schon raus. Ja, ich habe es ohne Schrauben betrieben. Ich war jetzt böse. Äh, ich hatte es natürlich schon offen. Das heißt, ich weiß schon grob, was hier drin ist. Und, tadaa, so sieht das Ganze hier von innen aus. Ich suche mal gerade noch einen Schraubendreher, ähm, hole das Board hier raus, die Boards. Und dann gucken wir uns das genauer an. Natürlich noch, äh, gucken, dass die Kondensatoren hier alle entladen sind. Wer weiß, auf welcher Spannung die hier rumsitzen. Ich meine, ich sehe hier zwar einen kleinen Widerstand, äh, der wahrscheinlich da zum Entladen da sein sollte. Aber im Zweifelsfall sollte man halt immer messen und nochmal entladen. Denn es tut sonst ganz schnell ganz schön weh, wenn man da an den falschen Stellen anpackt. Gut. Ähm, bin gleich wieder da. Ja, und, äh, ich habe zwar gesagt, dass ich das schon auseinandergenommen habe. Damit hatte ich aber nur das Gehäuse gemeint. Die Boards habe ich zumindest nicht jetzt rausgeschraubt. Und, ähm, ha, so sollte eine Schraube nicht aussehen. Ähm, entweder da war vor mir schon mal jemand drin. Oder beim Zusammenbau hat man sehr interessante Sachen gemacht. Na gut, ähm, ein bisschen Gewalt hilft. Dann sieht das Ganze hier so aus. Das Ganze ist auseinander. Plus natürlich die Rückseite hier. Und, ähm, ja, was wir haben, ist auf der Vorderseite einfach ein Loch und dieses übliche Membranpad mit dem, äh, ja, was ist das eigentlich, irgendeinem Kohlestoff oder so, der hinten drauf ist. Das ist auf jeden Fall ein leitfähiges Zeugs, diese schwarze Punkte. Und wenn wir die reindrücken, dann wölbt sich das so ein bisschen und der schwarze Punkt drückt aufs Board. Das haben wir dann hier auch auf dem, nennen wir das mal, Logikboard. Lass uns mal hier holen und auf die Seite hier gucken, haben wir hier diese Kontaktflächen eben für genau diese Membran-Sachen. Das ist dann einfach ein Common. Sehen wir, der geht hier zu allen. Oder auch nicht, sehe ich gerade. Ne, das sind noch nicht mal alle. Ist anscheinend dann Multiplex. Jedenfalls eine Seite ist der eine Pol und, äh, ja, das andere der andere. Und dadurch, dass man die dann mit diesem weitfähigen Material drückt, kann man erkennen, wie der Taster gedrückt ist. Wir haben auch eine Typnummer, TH858A1. Jetzt lasst mich gerade mal gucken. Ja, das ist auch der Name von dem Ding. Digital Timer TH858. Okay, maximal 3680 Watt, 230 Volt AC, 50 bis 60 Hertz, Mikro, äh, okay. Äh, 16, 2 Ampere und 250 Volt. Das dürfte wohl sich aufs Relais beziehen. Ähm, Marke ist nicht wirklich erkennbar. Hat ein CE und ein TÜV Product Security, äh, TÜV Product Service und GS geprüfte Sicherheit drauf. Also man kann nicht sagen, dass das Ding keine Zulassung hätte. Zumindest mal vom Dings her. Ähm, oben drüber haben wir das Display. Standardaufbau, LC-Display mit so Zebras, Strips zumindest. Ja doch, auf beiden Seiten. So macht der Kontakt zum Display. Auf der Rückseite haben wir dann den üblichen, äh, Blob of Doom, sowie jede Menge Kerkos. Äh, äh, okay. Äh, ich hab die Dom für Befürchtung, die hat man einfach als dummer Entprelldünks geholt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Äh, okay. Vielleicht doch nicht. Hätte ja sein können von der Anzahl. Ähm, heute würde man das hier nicht mehr machen. Und ich glaube, damals wollte man das auch nicht machen, denn die, äh, die S1 eingezeichnete hier, das sieht mir eher nach einem 1206, ähm, Kerko aus. Also, SMD-Kondensator. Okay. Nehme ich so zur Kenntnis. Dann haben wir, wie gesagt, der Blob. Wir haben einen Quarz hier drauf für die Echtzeituhr. Einen kleinen Armenwiderstand. Braun, schwarz, gelb. Äh. Gelb ist 4, dann wären das 200 Kiloohm. Ne, ich glaube 200 Kiloohm. Der im Übrigen tatsächlich nicht als SMD ausgeführt. Okay. Und, äh, was haben wir noch hier? Wir haben ein paar Jumper hier. Das lässt mich irgendwie so ein bisschen vermuten, dass dieses Board hier eventuell auch für andere Modelle im Einsatz ist. Und hier unten ein Yin-Yang-Zeichen, okay. Sowie PCB 0, 0, 0, 8, 5, 8, Strich 0, 0. Okay. Ähm. Ja, sonst ist hier nicht viel zu sehen. Wir haben drei einzelne Kabel, die weggehen. Das kann also nicht viel sein. Was mir gerade so ein bisschen negativ auffällt. Die Isolierung von den Kabeln ist kaputt. Das heißt also, äh, ja. Nicht gut. Da guckt Metall raus. Ähm. Drei Kabel heißt aber im Prinzip, das kann nur Stromversorgung und ein Signal. Mach mal Relais an, mach mal Relais aus sein. Mehr haben wir nicht. Das heißt also, äh, es gibt keine Nullerkennung. Es gibt, äh, was weiß ich, keine Erkennung, welchen Zustand das Relais jetzt hat oder irgendwas. Einfach nur an und aus. Das heißt dann auch gleichzeitig, dass was hier unten einfach nur ein Netzteil ist. Viel mehr kann da nicht sein. Und, ähm, okay. Auch hier ist das Ying Yang Zeichen drauf. Das mögen sie anscheinend. Äh, haben wir sonst irgendwas hier stehen? Ja, wir haben auch hier eine Typenbezeichnung. PCB 0, 0, 0, 8, 5, 8, Strich 0, 2. Moment mal, 0, 2. 0, 0. 0, 1 haben wir wohl verloren. Okay. Ähm. So oder so, hier auf dem Ding haben wir auch ungefähr das, was wir erwarten. Nämlich ein Netzteil. Überraschung. Jedenfalls danach zu urteilen, dass wir hier vier Dioden haben, was ein Gleichrichter sein dürfte. Wir haben hier einen sehr großen Kondensator, was auf ein Kondensatornetzteil hin. Das bedeutet, was wir allerdings nicht haben, das ist irgendeine großartige Form von Regelung. Wir haben lediglich den hier und das dürfte wahrscheinlich eher ein Transistor sein, oder? Äh, 9014 steht drauf. Dürfte auf jeden Fall ein Transistor sein und nichts mit dem Netzteil zu tun haben. Das heißt im Prinzip, diese Seite hier ist wahrscheinlich unser Netzteil. Und diese Seite hier, Überraschung, hier ist ein Relais. Und zwar ein TÜV-Relais, okay, wenn das TÜV-Logo größer ist als der Herstellerbezeichnung. Äh, Chinmai RPCF24P hat ein Rating von 16 Ampere bei 250 Volt bei Cosinus Phi 0. Äh, ne, Cosinus Phi gleich 1,0. Das macht schon mehr Sinn. Und die Spule sind 24 Volt. Interessanterweise die Bedruckung auf Deutsch. Äh, Chinmai klang mir jetzt eher so nach einem, äh, vielleicht japanischen Hersteller oder so. Äh, hat neben dem TÜV-Logo auch RU und dieses SA. SA müsste ich jetzt gucken, wo es herkam. Entweder Kanada oder sowas oder asiatischer Raum. RU ist die amerikanische Zulassung. Was noch interessant ist, hier ist sogar eine LED drauf. Das heißt also, äh, anscheinend leuchtet im Inneren von diesem Gerät die ganze Zeit eine LED, wenn es eingeschaltet ist. Wo ich mich jetzt frage, warum, weil die sieht man nicht. Ähm, ist halt da. Ja, also auch da wieder so die Vermutung, dass möglicherweise hier, ähm, ja, dieses Ding eventuell in verschiedenen Modellen im Einsatz ist. Ansonsten, äh, können wir sonst noch irgendwas hier drauf sehen? Eigentlich nicht wirklich. Wir haben halt hier im Prinzip unsere Eingangsseite mit dem Kondensatornetzteil. Das geht zum Board rüber. Vom Board geht es auch wieder zurück. Schaltet dann den Transistor und der schaltet das Relais. Für das Relais haben wir unten unsere übliche Freilaufdiode. So ein bisschen Biasing für hier, ähm, sicherzustellen, dass der Transistor aus ist, wenn nicht angesteuert wird. Und entsprechend die LED könnte dann sein, um anzuzeigen, ob da oder nicht. Was noch ein bisschen besonders ist, das sind die beiden Kabel hier, die zur Batterie gingen. Ich gehe aber davon aus, dass man da einfach hier zwei Dioden geholt hat und dann Netzteil plus die Batterie geohrt hat. Das heißt also, wenn das Netzteil läuft, bringt das Netzteil eine höhere Spannung, geht über die Diode und versorgt den ganzen Kram. Wir haben hier mit Strom. Wenn wir aber das Ding ausziehen, wird trotzdem über hier dieses Ding, über die Batterie und eine Diode das Ding weiter mit Strom versorgt. Nicht zum Betrieb, aber um zumindest dafür zu sorgen, dass der Speicher vorhanden ist. Denn ich gehe davon aus, hier ist kein Flash drin. Nein, das dürfte auf dem Alter so alt sein, dass hier ein reiner RAM drin ist. Das heißt also, sobald der Controller seine Energieversorgung verliert, sind auch alle Programmierungen weg. Und deswegen hatte man früher dann halt hier eine Batterie drin. Okay. Wobei ich nicht sicher bin, ob es... Ne, es wird wahrscheinlich keine Batterie gewesen sein. Wir hatten ja was gemessen. Ne, es könnte sein, dass das sogar ein Akku war und der dann hier sogar noch über eine Diode irgendwie geladen wurde oder sowas. Ne, wie auch immer. Ne allzu große Analyse wollte ich jetzt hier nicht machen. Was wir aber noch analysieren können, drehen wir das Ding mal rum. Überraschung, hier ist unser Relais. Und dieses Relais hat hier ein Kabel und hier ein Kabel. Wir werden mal gucken, das eine geht nach unten, das andere geht nach oben. Überraschung, das Ding schaltet einpolig. Also einpoliges Schalten in einem externen Zwischenstecker mit TÜV-GS-Siegel und CE. Die machen also im Prinzip genau dasselbe wie hier dieser Zwischenstecker auch und haben eine Zulassung für Deutschland. Also, ja, es scheint also wirklich so zu sein, ob es erlaubt ist oder nicht, lasse ich mal da hingestellt. Aber es wird zumindest dann mindestens geduldet und irgendwie ein Logo draufgeklebt. Ähm, ja, gut. Frage geklärt. Und ja, hier der Bereich, das ist einfach nur der Schuko-Stecker hier unten. Es ist sogar ein Schuko, also hier fehlt dieses Loch, was wir bei neueren Geräten öfter mal haben. Und auf der Rückseite haben wir dann eine Steckdose. Also, der eine Pol geht direkt durch, der ist unten nach oben durch verbunden, wird hier einmal abgezwackt, um das Kondensatornetzteil hier zu speisen. Und die andere Seite ist dann nicht verbunden, einfach weil es über das Relais geschleift wird. Im Übrigen, man sieht auch schön, das hier ist ein dünneres Kabel, das könnte 0,75 Quadrat oder so sein. Hier hat man dickere Kabel. Weil, das sind ja auch die, wo im Zweifelsfall die 3 kW drüber gehen, wenn wir da ein- und ausschalten. Gut, ähm, gehen wir zum Meckerteil über. Ja, ja, ich würde sagen, wir gehen zum Meckerteil über. Ähm, erstes Gemecker. Hier steht etwas von Cosinus V gleich 1. Das macht auch Sinn. Das ist etwas, was man häufig leider nicht wirklich von außen erkennen kann. Wenn wir nämlich von außen drauf gucken, dann steht hier nur, ja, sie dürfen 3680 Watt schalten. Das stimmt aber nicht. Ich darf 3680 Watt schalten, resistive Last. Sobald wir eine Phasenverschiebung drin haben, stimmt das nicht mehr. Und, naja, Phasenverschiebung hat man schnell. Zum einen können wir sehr schnell eine kapazitive Verschiebung haben, in denen wir da zum Beispiel ein Schaltnetzteil dranhängen. Zum Beispiel eine LED-Lampe oder irgendwie IT-Geräte, Fernseher, solche Sachen. Wir können aber genauso gut eine induktive Verschiebung haben. Immer dann, wenn große Motoren dabei sind. Ein größerer Lüfter zum Beispiel oder Dinge mit größeren Motoren, Werkzeuge. Und das sind dann Dinge, da muss man auf jeden Fall gucken, wie sieht da die Verschiebung aus und muss dann im Zweifelsfall einfach mal schätzen, wie viel weniger darf ich denn schalten. Weil ansonsten kann es passieren, dass euch das Relais da drin festschweißt und dann schaltet das nicht mehr. Die Relais-Hersteller haben meistens Angaben, was sie in welche Richtung wie gut schalten können. Da kann man es sehr gut sehen. Aber, wie gesagt, leider bei solchen Geräten meistens von außen nichts zu erkennen. Das heißt also, ohne das Gerät zu zerlegen, weiß man gar nicht, was man wie gut wie schalten kann. Ist in meinen Augen ein bisschen uncool. Und was mir auch noch gerade auffällt, das sieht fast so aus, ob da mal was geschmolzen ist, da wo das Display festgemacht wurde. Okay, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das in Betrieb gehen soll, weil an der Stelle ist definitiv nichts, was warm werden kann. Ich kann mir nur vorstellen, dass da beim Einbau irgendwer zum Beispiel mit Lötkolben die Klingel gekürzt hat oder so. Sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus. Und der zweite Punkt, über den ich meckern muss, ist, macht sowas überhaupt Sinn? Denn wir hatten eben gesehen, wir haben da, wenn es aus ist, eine Leistung von einem Watt. Ein Watt klingt jetzt nicht viel, aber wenn man sich mal in den Hinterkopf ruft, dass so ein modernes Elektrogerät laut EU-Verordnung nur 0,5 Watt in vielen Fällen haben darf. Naja, je nachdem, was ihr dahinter klemmt, braucht euer Gerät im Standby-Modus weniger Strom als diese wunderbare Zeitschaltuhr. Das ist dann so mein erster Punkt, wo ich sagen würde, okay, ja, es gibt zwar Anwendungsfälle, wo so eine Zeitschaltuhr Sinn macht, aber man sollte sie nicht überall dazwischen stecken, weil man jetzt irgendwo gelesen hat, U-Standby ist böse. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Im Zweifelsfall braucht ihr halt sogar mehr Strom oder ihr spart nicht wirklich etwas. und habt dann am Ende nahezu denselben Stromverbrauch bei weniger Komfort, weil zum Beispiel die Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Der zweite Punkt ist, manche Geräte mögen das auch gar nicht, wenn man sie die ganze Zeit ein- und aussteckt. Klassisches Beispiel WLAN-Router. Es gibt in Deutschland diese wunderschönen Dinge, die klingen wie ein Vornamendeutscher. Da habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass die sehr gerne das zeitliche segnen, wenn man die zu oft aus- und einschaltet. Das heißt also, bei so Geräten, die nicht dafür gedacht sind, einen auszuschalten, sollte man sich das sehr überlegen und bei anderen auch mal überlegen. Ein Ausstecken ist eine gewisse Belastung fürs Gerät. Wenn es gut gebaut ist, macht es nichts aus, aber nicht jedes Gerät ist gut gebaut. Andere Sachen, die das nicht so gerne sehen, sind zum Beispiel PCs. PCs sollte man aufpassen, ob man die wirklich an der Steckerleiste hängen will. PCs haben nämlich auch nicht eingebaut, der Echtzeit-Uhr. Und naja, wenn wir das Netzteil ausstecken, dann sparen wir vielleicht ein bisschen was. Aber dafür geht es auf die interne Batterie vom Rechner. Und wenn die leer ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Je nachdem, wie das Gerät aufgebaut ist, kann es sogar passieren, dass man gar nicht mehr das Ding sinnvoll benutzen kann. Mit Glück kann man die Batterie tauschen, mit mehr oder weniger Aufwand. Aber ich würde sehr stark darauf wetten, dass der Müll, der durch diese Batterie entsteht, die da entladen wird, deutlich problematischer ist, als ein bisschen mehr Strom zu benutzen. Das heißt also auch da überlegen, ob man wirklich eine Steckerleiste an den Rechner dran machen möchte. Ähnlich sieht es aus bei Fernsehern. Muss man sehr darauf achten, was man da hat. Und zum Beispiel OLED-Fernseher, die haben meistens automatische Programme, um diese OLEDs zu regenerieren. Das heißt, selbst wenn der Fernseher aus ist, gehen die ab und zu hin und zeigen, ohne dass man es sieht, weil sie lassen das Bild mehr oder weniger aus. Aber die laden diese ganzen OLED-Sachen um, einfach um ein bisschen Bewegung da reinzubringen. Und wenn man den Fernseher aussteckt, dann kann er das nicht mehr machen. Und das führt dazu, OLEDs sind organisch. Man könnte quasi sagen, diese Pixel fangen dann intern an zu schimmeln und dann habt ihr plötzlich falsche Farben oder dass Bilder stehen bleiben, dass man noch so Reste erkennt vom letzten Bild. Das heißt also, da holt man dann auch Dinge weg, die eventuell wichtig sein können. Oder was auch ganz gut ist, ist so Tintenstrahldrucker. Je nachdem, was für ein Modell man hat, wenn man das aussteckt und einsteckt, dann macht er erstmal seinen kompletten Selbsttest und Selbstreinigung. Das heißt also, da wird dann mal ein größerer Teil eurer doch etwas teureren Tintenpatrone einfach mal in den Ausguss gekippt, der meistens noch nicht mal wechselbar ist. Das heißt also, im ungünstigen Fall habt ihr A, die Patrone schneller leer, was natürlich auch wieder Umweltverschmutzung ist und B, dieser Sumpf, wo die Spülung reingeht, läuft irgendwann voll und dann sifft euch das Ding den Schreibtisch voll und wie gesagt, bei vielen kann man es gar nicht mehr wechseln. Das heißt also auch da, mit Menschenverstand rangehen und nicht einfach irgendwie Dinge davor machen. Und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort hier für das Video. Nicht einfach Geräte kaufen und benutzen, weil man gehört hat, das soll was bringen. Es gilt wie an vielen Stellen, nur was man messen kann, ist auch etwas, was wahr ist. Ansonsten ist das einfach nur eine Vermutung. Die kann richtig sein, aber sie kann auch falsch sein und das kann im Zweifelsfall nach hinten losgehen, wenn man falsch liegt. Also investiert vielleicht in so einen Zwischenstecker, um mal den Strom ein bisschen zu messen. Muss man ein bisschen aufpassen, bei Standby und so sind die meistens nicht ganz so genau. Aber damit kann man zumindest schon mal grob erkennen, welche Geräte jetzt wirklich da saugen. Ich habe zum Beispiel von einigen gehört, wo dann irgendwie der Trockner, wenn er nicht läuft, 20 Watt zieht. Ein älteres Modell natürlich. Heute ist das, wie gesagt, nicht mehr zulässig. Und solche Geräte zu finden und da gezielt was zu machen, das ist eine gute Idee, aber einfach eine Zeitschaltuhr überall dran zu machen, weil man denkt, es hilft, ist in meinen Augen keine so gute Idee, lieber ein bisschen gezielt dran gehen. Dann verschwendet man a. nicht so viel Geld und b. verpestet nicht die Umwelt mit irgendwelchen Zeitschaltuhren, die am Ende nicht wirklich was bringen. So oder so, die hier, habt ihr ja gesehen, die schaltet noch, auch wenn sie jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und ich denke, damit können wir dann sagen, dass hier die Zeitschaltuhr auch immer noch das tut, was es soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.